Das Leben ist ein Geschenk. Auch Ihr Leben ist ein Geschenk und Sie müssen und können mit Ihrem Leben machen, was Sie wollen. Manchmal ist es schwierig zu sehen, dass wir die Wahl haben, aber Sie haben die Wahl. Wenn Sie die Wahl nicht treffen wollen, dann trifft Ihr Körper die Entscheidung, in die Einsamkeit, in das Unglück zu gehen. Versuchen Sie also den Verstand zu nutzen, um eine Wahl, um die Option zu wählen, wo Sie sagen, da fühlt sich der Körper wohl.